Herzlich Willkommen bei Ballast Capital. Wir sprechen heute darüber, mit welchen Vertriebsstrategien Unternehmen in Zukunft die Nase vorne haben werden. Und ich freue mich sehr, dass wir Robert Mack bei uns zu Gast haben. Servus Robert. Servus Florian. Ich bin ja in Kärnten aufgewachsen, so wie du auch Kärntner bist. Und ich kann mich erinnern, in Sankt-Veitner-Clane, in unserem Einfamilienhaus, ist hin und wieder ein Staubsauger-Vertreter vorbeigekommen, hat angeklopft und wollte meiner Mutter einen Staubsauger verkaufen, das sogenannte Klinkenputzen. Seit ich mich in Wien bin, habe ich sowas nie erlebt. Also in Wien ist keiner zu meiner Haustür gekommen. Ist das Klinkenputzen tot? Die sogenannte Kalta-Quizze, die hat nach wie vor ihre Berechtigung, aber ich denke, die wird immer weniger erfolgreich sein, weil sich die Welt verändert hat. Und die Welt hat sich verändert, unser Business hat sich verändert, das ist hybrider geworden. Und das heißt, der neue Klinkenputzer ist der, der dich über Social-Media-Kanäle erreicht und bei dir anklopft und sagt, hallo, darf ich dich adden? Kann man das wirklich so sagen, dass das Social-Selling sozusagen das Klinkenputzen jetzt komplett abgelöst hat oder gibt es die Klinkenputzer jetzt trotzdem noch? Ich glaube, Vertrieb oder Sales ist hybrid. Es braucht das eine wie das andere. Das Klinkenputzen, also die Kalta-Quizze, wenn man so möchte, hat ja schon ihre Berechtigung gehabt, weil worum geht es? Es geht darum, einen Erstkontakt zu bekommen, meistens wenn man über die Wächterinnen in den Vorzimmern der Chefs nicht vorbeikommt, dass man ein Gefühl kriegt, wer ist dort und nichts anderes, weil es ist das Ziel, einen Termin zu vereinbaren. Der Rest ist dann in der, ist also so gesagt eine Art von Vorakquise. Heute ist die Vorakquise und die trennen den Sales-Prozess in die Pre-Sales, Sales und After-Sales, also die Vorakquise, ist im Grunde noch der Bereich, wo man versucht, Kunden für sich, auf sich aufmerksam zu machen, potenzielle Kunden. Wichtig ist es, dass man die Kunden definiert, dass man sagt, wer ist mein Zielkunde, in welcher Branche, Mensch, wie alt, was für ein Typ ist es, den ich ansprechen möchte, dass man sich versucht, mit diesen Personen zu vernetzen. Der erste Punkt. Die Voraussetzung dafür ist es, dass man sich ein gutes Profil zurechtlegt, weil die Menschen suchen und wenn man gefunden wird, dann muss man einen guten ersten Eindruck von sich abgeben, gleich wie wenn ich jetzt bei dir bei der Tür hereinkomme, der erste Eindruck entscheidet und der erste Eindruck auf der Homepage oder auf der Profilseite von LinkedIn oder von einem anderen Profil ist im Grunde noch der gleiche erste Eindruck. Jetzt gibt es ja viele Firmen, die im Internet schon Werbung machen, andere sagen, das mache ich nicht, ich mache keinen Sales-Fundle, aber das ist unseriöstes Internet. Was sagst du solchen Kunden? Die Amerikaner haben schon vor zehn Jahren gesagt, der, den man im Internet nicht findet, den gibt es nicht. Den gibt es nicht, genau. Wir sind suspekt. Und das hat mittlerweile in Europa auch schon Einzug gehalten, wenn du im Internet als Unternehmen oder noch wichtiger als Einzelperson, weil wir reden ja, also wenn ich vom Vertrieb rede, dann ist das in erster Linie der B2B-Vertrieb, also Industrie, B2B-Business. Wobei dort auch wieder ein Geschäftsführer sitzt, der ist auch wieder menschlich, du bist auch wieder Face-to-Face eigentlich. Und B2B ist People's Business am Ende des Tages. Eigentlich B2B. B2B, weiches und hartes B2B. Und hat mit Emotionen zu tun, hat mit Vertrauen zu tun. Und dieses Vertrauen gilt es aufzubauen. Egal auf welcher Ebene eben, persönlich, aber auch im Internet, dass du deine Seiten anlegst, dass du deine Profile anlegst, vielleicht deinen Werdegang oder gibt es da so Tipps, was sagt er, wenn jetzt eine Firma, das gibt es in Österreich, interessanterweise auch viele Firmen, die haben keine Profile. Und sie haben auch als Person keine Profile, weil die Geschäftsführer sagen, na, das will ich nicht, ich will mich da nicht herzeigen, ich will kein Foto von mir reingeben. Was sagst du so jemandem als Tipp? Ja, die Grundsatzempfehlung ist es, dass ich sage, ich trenne zwischen Social Marketing, da geht es darum, quasi im B2C-Bereich oder auch für Firmenprofile Masse zu machen, Kontakte zu generieren und dem Grunde noch geht es um Quantität. Wenn es aber um B2B geht, also wenn man Personen ansprechen möchte, und das kann der CEO machen, das kann der Unternehmer machen, das kann der Vertriebsmitarbeiter machen, dann geht es darum, dass man Social Selling macht. Und Social Selling heißt, da geht es um Content, da geht es um Qualität, da geht es um die richtigen Ansprechpersonen, da geht es darum, sich davor Gedanken zu machen, wer ist mein Zielkunde, was beschäftigt meinen Zielkunden, mit welchen Botschaften kann ich für diese Person interessant sein, kann ich die Person auf diese Themen sensibilisieren. Und wenn man der Zeitpunkt passt, du brauchst auch nicht jeden Tag einen neuen Mercedes oder eine neue Uhr, wenn aber der Zeitpunkt passt und wenn du darüber nachdenkst, dass du vielleicht deinem Sohn etwas kaufen möchtest oder etwas schenken möchtest, dann wirst du in erster Linie als erstes auf die zurückgreifen, die präsent sind. Und die sind letztlich im Netz präsent, weil wir alle haben unser Handy, unsere Verbindung in die virtuelle, digitale Welt ständig bei uns und da wird gesucht, da wird recherchiert und da wird auch gefunden. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Und meine Empfehlung, die ich jeden begleite, sehr viele Startups und natürlich sehr viele Industriebetriebe, die ich immer sehr gerne anbringe und versuche auch zu hinterlegen mit Fakten, ist es, dass ich wirklich empfehlen kann, überlegt euch eine Social-Selling-Routine. Und ich habe mich natürlich vor dem Gespräch mit dem beschäftigt, wie ihr, wie Ballas Capital, quasi welche Social-Selling-Routine ihr betreibt. Und ich glaube, ich habe noch nicht viele Unternehmen gefunden, die so hochprofessionell Social-Selling machen, die eine Routine haben, ob es das Video ist, das einmal in der Woche ausgestrahlt wird, ob es Beiträge sind, ob ihr Berichte oder Beiträge von anderen kommentiert. Und das alles kann man sich überlegen. Man kann sich überlegen, letztlich im Verkauf geht es immer um Ziele, es geht um Kennzahlen. Man kann sich überlegen, welche drei Ziele nehme ich mir für jede Woche vor im Thema Social-Selling. Das erste Ziel wäre, zu sagen, wie viele Kontakte möchte ich ändern. Natürlich vorausgesetzt die richtigen Kontakte. Also wie schnell möchte ich mein Netzwerk wachsen sehen? Wie schnell möchte ich mein Netzwerk wachsen sehen, damit es dann virtuell sich entwickelt und größer wird. Und wenn man sich jeden Tag zehn Kontakte vornimmt, dann sind das 3600 Kontakte im Jahr. Und wenn man das dreier macht, dann hat man 10.000 aber ausgewählte Zielkunden letztlich. Ausgewählte Personen, die einen im Geschäft weiterbringen können. Nicht müssen, aber können. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man sich darüber Gedanken macht, wie möchte ich meine Expertise präsentieren? Das heißt Profil. Und dann kann man sich überlegen, welche Kanäle möchte ich bespielen? Ich mache YouTube mit Video, mache ich Webseminar. Also ich zum Beispiel mache gerne Webinare. Das heißt, ein Kanal für mich ist dann ein Webinar, das über Xing, über LinkedIn beworben wird, wo ich meine Community einlade, die die Interesse haben. Genau zu diesem Zeitpunkt an diesem Vertriebsthema melden sich an. Das machst du kostenlos, nehme ich an, oder? Ich mache kostenlos. Kriegst du aber dafür die Leads und hast Interessenten für dein Business. Ich bekomme Kontakte. Genau, ich habe Interessenten. Und wenn ich das herunterbreche, dann habe ich 5.000 Kontakte, die ich einlade zu diesem Webinar. Es melden sich 80 bis 100 an. Von diesen 80 bis 100 sind vielleicht 60 oder 50 oder 40 dabei. Und von diesen 40 sind beim letzten Webinar zwei Aufträge rausgekommen, die ich nie im Fokus gehabt hätte. Hätte ich nicht eine Social-Selling-Strategie. Also große Kunden, das eine ist ein internationaler Kunde, das andere ist ein mittleres österreichisches Unternehmen, die ich so nicht im Fokus gehabt hätte. Also es zahlt sich aus, konsequent und sehr professionell, seine persönliche Social-Selling-Strategie zu entwickeln. Wie schaut es mit anderen Vertriebsstrategien aus? Zum Beispiel Empfehlungsgeschäft? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wir ja gesagt haben, Vertrieb und Sales ist Hybrid geworden. Der digitale Kanal ist eines. Und das ist, wenn man so möchte, die Vorakquise. Empfehlungen und Referenzen sind ganz ein wichtiger Punkt. Und da kommt diese Emotion und das Vertrauen und das Begeistern der Kunden mit ins Spiel. Weil gibt es einen besseren Verkäufer als einen Kunden, der zufrieden ist und sich weiterempfiehlt? Ich glaube nicht. Und das kann man auch instrumentalisieren. Also ich habe, in Wahrheit ist das von mir so ein Steckenpferd, dass ich allen, gerade Startups, aber auch etablierten Unternehmen, wirklich versuche zu empfehlen, dass sie letztlich auch eine Referenz- und Empfehlungsmarketing in ihr Tagesgeschäft implementieren. Sprich, den Kunden sprechen lassen, der Kunde jetzt sprechen möchte. Ja. Ich war sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit, das und das ist passiert. Damit man das verwenden kann, damit man es autorisiert bekommt, damit man vielleicht, das wäre quasi die Referenz, das wäre die Referenz. Es geht aber dann auch darum zu sagen, welchen aus deinem Netzwerk, in deinem Netzwerk würdest du mir weiterempfehlen? Wer hat auch dieses Problem zu lösen oder diese Herausforderung? Und das ist noch wertvoller als nur die einfache Referenz. Weil wenn du darüber nachdenkst, wer aus deinem Netzwerk, und das ist relativ groß, im Durchschnitt ist der Kreis, in dem sich Menschen aufhalten, und das sind ja meistens gleichgesinnte, das sind 30 bis 50 Personen bei einem normalen Manager oder bei einer normalen Führungskraft. Und in diesem Kreis der 30 bis 50 Personen wird man immer 3, 4, 5 finden, die eine ähnliche Herausforderung zu bewältigen haben. Und wenn du als zufriedener Kunde von mir, durch meine, sagen wir jetzt, als Beispiel Vertriebsberatung in einem speziellen Segment, einen dieser drei sagst, bei einem Anlass, der sich dann ergibt, pass auf, schau dir den Robert Macker mal an, dann ist das kein Kaltakquise für mich mehr, dann ist das kein Neukunde. Der Kunde ist vorbereitet. Ich frage die im Vorfeld noch, was ist das für ein Typ, worauf legt der Wert, wie würdest du das erste Gespräch führen? Das ist die Königsdisziplin, wenn es um Empfehlungen und um Referenzen geht. Und das ist in Wahrheit nicht schwer, das ist viel einfacher als Kaltakquise zu machen, aber viel wirkungsvoller. Das stimmt. Du hast ja das Wort Hybrid angesprochen, was ich sehr gut finde. Also nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Das heißt, du brauchst als Unternehmen Sichtbarkeit, du brauchst im Internet und Social Media eine Präsenz, damit du dort auch verkaufen kannst. Du kannst ruhig auch zwischendurch Klinken putzen und frische Kunden fangen. Empfehlungsgeschäft zusätzlich auch. Dann war jetzt meine Frage, macht es einen Unterschied, ob du B2C verkaufst oder B2B? Das sind zwei ganz unterschiedliche Welten. B2B ist People's Business und B2C ist viel stärker Marketing orientiert. Da geht es darum, also wenn ich das jetzt von meiner Profession her vergleiche, ich mache Beratung, das heißt, da geht es um Strategie, da geht es um Akquise-Strategie, um Produktentwicklung, um das Leistungsportfolio anpassen. Das ist ein Auftraggeber, das ist ein Unternehmen. Das ist ein Unternehmen. Und ein Geschäftsführer. Und ein Geschäftsführer. Der Geschäftsführer, der mit dir ein Vertrauensverhältnis aufbaut und dir einen Auftrag gibt. Ich habe ein Thema zu lösen. Ich glaube, du bist der Richtige, der uns dir helfen kann. Wenn es um B2C geht, geht es um Marketing. Da geht es darum, dass möglichst viele Menschen in einen Laden, ob das jetzt ein virtueller oder ein stationärer Laden ist, ist in Wahrheit mittlerweile schon nebensächlich. Es geht darum, dass Menschen ein Produkt kaufen, dass man Anreize schafft, dass man dem Grunde noch Bedarf weckt, dass man ganz bewusst Produkte einsetzt, die sehr niederschwellig im Preis sind, um einfach Kunden anzulocken. Und dort geht es dann letztlich ums Training, dass man die Verkaufsmitarbeiterinnen und Verkaufsmitarbeiter schult. Weil letztlich diese klassische Frage, darf es ein Blattl mehr sein? Bei der Extra-Wurst, wenn es um 10 Gramm geht, da ist ein Blattl 10% mehr Umsatz. Und das sind so diese Feinheiten, die letztlich dann im B2C-Bereich, wenn es um Verkauf und um Verkaufsschulung geht, ein klassisches Beispiel, wo man hinschauen kann, wo man dem Grunde noch ein Blattl mehr verkaufen kann. Oder zur Hose noch ein paar Schuhe. Oder Socken, weil die hast du vielleicht jetzt vergessen oder bewusst lange gezogen. Oder Socken, die noch dazu passen. Das ist draußen sehr heiß. Genau. Du coacht Unternehmen also in beiden Bereichen, im B2C und im B2B. Schwerpunktmäßig im B2B, aber ich kann auch B2C, weil ich ja aus der Medienbranche komme und im Grunde noch die werbetreibende Wirtschaft sehr gut verstehe. Was sagst du einem Kunden, der jetzt sagt, er hat B2B noch nichts gemacht, er hat ein paar Kontakte, er geht hin und wieder auf Netzwerkveranstaltungen, das macht ein Geschäftsführer selbst, er hat noch kein Vertriebsteam zum Beispiel. Was könnte man dem sagen, dass er sein Business ein bisschen strukturiert, was kann der im Internet machen? Wie kann der dieses persönliche Element im Internet rüberbringen? Das ist sehr oft der Fall, gerade im kleinen und mittelständischen Bereich, dass der Geschäftsführer der hauptsächliche Ansprechpartner am Markt ist und im Grunde noch verkauft und die Organisation verantwortet. Die Grundsatzfrage da ist immer die, wo siehst du dich und dein Unternehmen in den nächsten drei Jahren, so Vision. Ja, aber viele können ja nicht abgeben, sagen, ohne mich rennt das Geschäft nicht, ich muss immer den Deal machen etc. Das ist auch psychologisch schwierig für die Leute. Das ist oft sehr schwierig und da geht es ja dann meistens um Informationen. Und ich erlebe das sehr oft, dass wenn man den Übergabeprozess nicht frühzeitig erkennt und mit einplant, ob das jetzt der Unternehmer selbst ist oder ob das einer seiner zwei, meistens sind es ja nicht mehr, Säulen im Verkauf ist, wenn da nicht rechtzeitig übergeben wird, geht das ganze Wissen mit der Person verloren, weil die kleinen und mittelständischen Unternehmen ja sehr oft keine CRM-Systeme haben, schlechte Dokumentationen haben und das Wissen mit den Menschen ausscheidet und in Pension wird. Und dort setze ich gerne als erstes an, dass ich sage, wo ist das Wissen geparkt, wo möchtest du in den nächsten drei Jahren sein? Und dann ist die Frage, und wie soll das weitergehen? Und von dort weg versuche ich dann, eine Vertriebsstrategie zu entwickeln, die maßgeschneidert für das Unternehmen ist. Und ich habe noch keine Situation gehabt, die gleich war, obwohl es vielleicht in den gleichen Branchen oder die Unternehmen in der gleichen Größe waren, die man vergleichen kann. Es ist immer, also das ist halt mein Zugang, also ein sehr individueller und zum Teil auch sehr hemmzärmelig, weil das halt am meisten hilft und die ganzen wissenschaftlichen Studien sind natürlich auch bei mir eine gute Basis, aber ja. Und da muss man natürlich auch umsetzen, also Tipps kriegt es von Profis, von dir muss man natürlich ins Unternehmen gehen, also umsetzen. Begleitungssystem, ja. Da sind wahrscheinlich manche Unternehmen stärker, manche schwächer, weil die Umsetzung ist oft schwierig zu handeln. Ein Riesenthema. Ich kenne, also es ist nicht selten der Fall, dass Unternehmen zigtausend Euro für Strategiepapiere ausgeben. Dann kommt das Tagesgeschäft. Kommt in die Schublade. Dann ist das in der hinteren Schublade unten drin und das Tagesgeschäft hat alle wieder eingeholt. Also ich lege in meiner Arbeit wirklich Wert darauf, dass ich sage, es braucht dann immer wieder eine Etappe in der Begleitung. Dass man sich Meilensteine setzt, dass dann die Meilensteine, dass es dann wieder ein Meeting gibt, dass das aufgerollt wird, dass man reflektiert. Und reflektieren ist ganz ein wichtiges Instrument, das im Tagesgeschäft natürlich auch meistens untergeht. Und dafür gibt es ja uns Externe, dass wir ein Stückhalle auch Spiegel sind, der Realität in den einzelnen Abteilungen und Firmen. Ja, vor allem habt ihr ja auch einen Blick von außen, eine Helikopterperspektive. Man muss ja auch die Firmenchefs ein bisschen rausholen und sagen, macht es was anderes und macht es dann wieder. Du hast ja sehr, sehr viel Erfahrung im Vertrieb generell und auch im Verkauf. Hat es so Momente gegeben in deinem Leben, die so Aha-Erlebnisse waren. Also an der Kasse beim Verkauf, jetzt mit dem Upselling oder beim B2B, beim People's Business, wenn du dir um den Hals gefallen bist oder so gesagt hast, du hast mich jetzt von meinen Problemen erlöst. Gab es so richtige Aha-Momente, wo du gesagt hast, jetzt weiß ich, ich bin am richtigen Weg und so läuft Verkauf und das ist wichtig? Das habe ich, sage ich einmal, wenn ich es auf mich selbst repliziere, weil wir gerade früher über das Thema Digitalisierung im Vertrieb gesprochen haben, dann habe ich so ein Mutmacher-Beispiel. Mir ist es am Anfang auch nicht so leicht gefallen, um zu switchen und zu sagen, Projektgeschäft heißt immer Neukunden akquirieren. Und das habe ich halt 25 Jahre immer analog gemacht. zu changen und auf MS Teams oder über Skype oder über Zoom Erstgespräche zu führen. Und das Aha-Erlebnis war da, wo ich gemerkt habe, den Kunden geht es gleich und wenn man das anspricht, dann geht es einfach. Und dann funktioniert das. Das war eins, wo ich selbst so ist. War das in der Corona-Zeit oder hast du es vorher schon getestet? Ich habe es vorher getestet, aber die ganzen Systeme, hat es ja alle gegeben, aber ich habe nur mit einem Kunden, dessen Vertriebsmitarbeiter auf ganz Europa verteilt waren, immer wieder Skype-Konferenzen abgehalten, bin aber sonst wegen jedem kleinen Termin durch ganz Österreich gereist. Heute mache ich das nicht mehr. Und ich glaube, das haben alle gelernt, damit umzugehen und die Scheu abzulegen, dass wir über den Bildschirm ja genauso ein Rapport, wenn man ein Stückchen so eine Beziehung aufbauen kann und herstellen kann. Und das hat auch nicht für sich super funktioniert. Beispiel, was mich selbst betroffen hat, das war ein Podcast, über den ich gesprochen habe, zum Thema Mut machen. Man muss das halt dann eingestehen und sagen, ich traue mich und ich tue das jetzt einfach. Das bringt mich zu einer anderen Frage noch kurz zu diesem Thema. Es gibt ja viele erfolgreiche Unternehmer, die sind eher introvertiert. Die sind nicht extrovertiert. Und die sagen mir dann immer, sie haben ein echtes Problem, sie wollen jetzt vor der Kamera stehen, sie wollen da nicht rausgehen zum Kunden, das ist ihnen unangenehm etc. Kann man solchen Leuten Tipps geben, wie sie es noch besser machen können? Ja, wenn er schon selbst nicht möchte, dann sollte er zumindest ein Gesicht für den Markt definieren. Das kann die Frau sein, das kann der Vertriebsmitarbeiter sein, weil wenn die Person nicht authentisch bleibt, dann funktioniert das ja nicht. Dann ist das auch nicht ehrlich und dann wird das auch von der Gegenseite nicht abgenommen. Ich glaube, wichtig ist, dass es ein Gesicht für ein Unternehmen gibt nach außen, wenn es der Chef nicht selbst sein will und es gibt ja sehr viele Unternehmer, die das nicht wollen, die auch nicht über ihre Erfolge reden, die quasi gar nicht Hidden Champions sind, sondern wirkliche Champions sind, aber das einfach nicht nach außen tragen und das muss man akzeptieren. Aber auf der anderen Seite braucht es Menschen, nämlich die, die an der Front sind, die das Geschäft letztlich leben, wir alle leben davon, dass wir Umsatz machen, dass wir verkaufen. Weil wenn wir nichts verkaufen, dann brauchen wir nichts produzieren. Dann brauchen wir keine Dienstleistung anbieten, dann brauchen wir keine Finanzierungen organisieren. Und die, die draußen sind, die müssen Social Selling betreiben. Die müssen ihre Expertise sichtbar machen, ob bei Fachkonferenzen, bei Messen oder im Netz. Und vielleicht ein Beispiel noch. Die Universität Leoben hat ein internationales Studienprojekt begleitet, wo sie mittlerweile digitale Messen ausrichten. Das heißt DigiTiari ist eine internationale... Also virtuelle Messe de facto, oder du kannst virtuell den Messestand besuchen. Genau, wir haben virtuelle Messen für ihre Startups angeboten, haben das mit Partner Universitäten gemacht, aus Schweden, aus anderen Ländern, aus Europa und das funktioniert. Und es ist egal, ob es virtuell ist oder ob es stationär ist. Das Thema ist immer, der, der etwas verkaufen möchte, muss seine Expertise sichtbar machen und auch seine Kompetenz zum Ausdruck bringen und wissen, wer sein Zielkunde ist. Und das ist halt schon nicht immer ganz klar. Aber dafür gibt es ja Profis wie dich, die man für ein Seminar buchen kann und du erklärst das und machst dann Coaching entsprechendes oder mehrere Tage, weil du hast das auch in der Regel, also wenn ein Unternehmen auf Orientierungssuche ist und die haben das noch nicht, wie lange brauchst du, damit die ein bisschen so auf Fluch hier kommen? Ich starte da gern mit einem Status-Check, dass ich mir anschaue, wo steht das Unternehmen auf den sieben für den Vertrieb wesentlichen Säulen? Von den mittelfristigen Zielen über die Kundenseite, über die Produkt- oder Leistungsseite, über die Führung, über die Strategie, über die Akquise und mache mir so und das ist in drei Stunden recht gut abgebildet, das ist ein strukturiertes Gespräch, dann habe ich einen guten Überblick und eine gute Auswertung, wo die Unternehmen stehen. Und von dort weg steige ich dann sehr punktgenau ein und je nachdem, wie in welcher Dimension das Thema dann zu bearbeiten ist, dann sind es Halbjahresbegleitungen oder oft ist das in zwei Monaten mit vier, fünf Tagen und dazwischen mit einzelnen Stunden, die man quasi dann noch im Sparring weiter die Themen behandelt mit der jeweiligen Führungskraft abgetan. Aber immer sehr individuell. Du weißt, ich frage alle meine Gäste am Ende des Interviews, wo sie noch ihr Geld investieren, was würdest du mit antworten? Ich habe schon eine Idee, weil du hast mir ein Geschenk gegeben, aber das möchte ich jetzt noch nicht verraten. Die Frage ist, ob du das als Investment siehst. Ja, das war schon gar kein kleines Investment, was ich da getätigt habe. Ich bin ein Landpub und habe natürlich eine sehr starke Verwurzelung mit Grund und Boden. Ich habe ein bisschen in den Wald investiert und habe jetzt in einen kleinen Weingarten investiert und habe natürlich auch ein Portfolio an Wertpapieren und Anleihen. Hast du so Einzelaktien, Europa, Amerika oder was? Ja, für das bin ich zu wenig professionell. Da muss ich echt gestehen, seitdem ich dich kenne, denke ich über das auch öfters nach. Da habe ich bis jetzt quasi meinen Bankexperten vertraut und habe schon Anleihen von österreichischen Unternehmen, aber natürlich auch klassische Fonds mit mehr Risiko und mit mehr Nachhaltigkeitsanteilen, damit es gut gestreut ist und ein bisschen was in Immobilien. Kryptowährung hast du auch schon? Nein, Kryptowährung habe ich noch nicht, weil ich denke mir, für das bin ich zu klein, dass ich es brauchen würde für einen Notfall. Und wenn ich eine Empfehlung an eine Stelle ist natürlich schwierig. Also ich glaube, wie soll man denn sagen, also dass so Grund und Boden, ich meine Immobilien, ich glaube, da sind wir schon auf einem Level, wo es wahrscheinlich nur mehr in der ersten Reihe interessant ist, zu investieren. Zweite Reihe, wenn ich jetzt an uns an einen heimatlichen See denke, und da gibt es ja schon sehr wenig, also Immobilien am Mördersee, zweite Reihe ist wahrscheinlich nicht mehr so interessant und dritte Reihe dann eh wahrscheinlich gar nicht mehr. aber so dieses Thema Liegenschaften oder Grund und Boden, ich glaube, dass das in der nächsten Zeit wieder mehr und Interesse gewinnen wird. Ja, das Bodenständige auch, Grund und Boden, Wald ist sicher gut. Danke für das tolle Gespräch und für die super Tipps, die du uns gegeben hast. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich jetzt schon auf ein verballiges Wiedersehen. Danke, danke für die Möglichkeit. Liebe Zuseher, herzlichen Dank für Ihr Interesse, bleiben Sie gesund und investieren Sie smart.